Ich begrüße Sie recht herzlich zu dem heutigen Abend. Wie sinnvoll ist Widerstand? Aber es ist schon ein bisschen skurril, die Veranstaltung für mich da. Ja, also in so einer Runde so über Widerstand zu diskutieren, als einzige Frau wieder mal, zum Beispiel, ist ein bisschen seltsam für mich. Und ich habe halt das Gefühl, das ist eine sehr intellektuelle Diskussion auf einem sehr hohen Niveau, aber ich weiß nicht, wie viele von den Personen, die in einem Publikum sitzen oder auf dem Podium sitzen, morgen auf die Straße gehen werden für irgendwas und wie weit sie selber bereit sind für die Dinge, wo sie sagen, sie wollen Widerstand leisten, einzutreten, das ist ja tatsächlich zu tun. Und es beschränkt sich nicht nur auf Volksbegehren unterschreiben oder, keine Ahnung, dem Sander in der Ecke irgendwie Geld zuzustecken, sondern es geht eigentlich viel weiter und Österreich ist da ein Paradebeispiel für eben genau das nicht zu können, weshalb es da einen großen Ausschreik gibt, wenn mal Hörsäle besetzt werden, weil man das einfach nicht kennt, man unterwirft sich, man gibt sich zufrieden mit dem, was die Politik zu bieten hat. Das hat eine lange Tradition in Österreich, man glaubt nach wie vor, dass man das erste Opfer war und so, solche Dinge kommen da dazu und das hat man halt zu akzeptieren und so. Also das ist schon recht trist und ja, also ich glaube Widerstand ist viel, viel mehr als solche Podiumsdiskussionen zu veranstalten, ist viel, viel mehr als Volksbegehren zu machen und so weiter. Und ich glaube, wir haben das ganz krass verlernt, wenn wir es denn je gekonnt haben. Der Grund, warum man Widerstand wählt, glaube ich, ist, dass man damit zugleich denjenigen oder dasjenige, wogegen man ist, zu denunzieren als totalitär, nicht-demokratisch und als Unrechtsrecht. Und darum würde ich gern den Widerstandsbegriff reservieren für Bewegungen, für Situationen, für Menschen, die in Situationen stehen, in denen es wirklich darauf ankommt, auch unter Inkaufnahme von Folgen für Dinge einzustehen, von denen man glaubt, dass es prinzipielle Rechte berührt. Ja, aber worum geht es denn? Es geht um eine Zivilgesellschaft, es geht um Gerechtigkeit und es geht um die Ungerechtigkeiten in dieser Welt, in Österreich und in der ganzen restlichen Welt genauso tagtäglich passieren. Und das ist Widerstand. Widerstand ist was zum Angreifen und nicht was zum Drüberdiskutieren auf einer abgehobenen Bühne, in einer abgehobenen Diskussion mit Leuten, wo ich nicht weiß, wann diese auf der letzten Demo waren. Ich möchte da überhaupt niemanden angreifen und ich bin überzeugt davon, dass sie genügend Widerstand geleistet haben, weil wir möchten nur illustrieren, was eigentlich Widerstand bedeutet. Um Leitartikel in einer Zeitung zu schreiben oder Theaterstücke zu inszenieren, bedeutet es für mich nicht. Herr Pogenhuber, der Herr Fleischhacker hat gesprochen von intellektuellen Feindlichkeit zu Wortmeldungen der Siegfried Mauder. Wie sehen Sie das? Sie hat sich schon inszeniert als sozusagen ein bisschen, wie soll ich sagen, rabaukenhaft, der sagt, was reden wir hier, was diskutieren wir noch auf abgehobenem Niveau, statt dass wir auf die Straße gehen. Ich glaube, es braucht einfach beides. Das Nachdenken über die Notwendigkeit und die Möglichkeiten von Widerstand. Das wird eher zu wenig gemacht über die Defizite, über die Missstände und welche Formen des Widerstandes es gibt in einer demokratischen Gesellschaft. Und dann gibt es die reale Aktion, den Protest, den zivilen Ungehorsam, beides. Es macht nicht viel Sinn, in einer Diskussionsrunde zu platzen und zu sagen, was seid ihr da alle abgehoben, ihr denkt über Widerstand nach. Also das habe ich müßig gefunden. Einer der wenigen Dinge, wo ich mit dem Herrn Fleischhacker einer Meinung war. Grundsätzlich zum Widerstand. Sie haben ja Widerstand geleistet, ihr ganzes politisches Leben hindurch. Ich glaube, es gibt kaum eine andere Gesellschaft wie die Österreicher, die so sehr darauf angewiesen ist, in der Erstarrung des politischen Systems, in der völligen Lähmung der Parteien, in der Reformunfähigkeit der gesamten politischen Klasse und die Zivilgesellschaft, das Erwachen der Zivilgesellschaft, bis hin zum Protest, bis hin zum zivilen Ungehorsam notwendig hat, wie Österreich es notwendig hat. Die Flüchtlingspolitik ist ein Beispiel, die Studenten- und die Bildungspolitik ein weiteres skandalöses Beispiel. Man kann Hunderte aufzählen, es ändert sich nichts, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung längst eine Gesamtschule will, der ihren Kindern ein ordentliches Studium verschaffen will, Flüchtlinge nicht unmenschlich behandeln will. Punkt. Es perlt das ab wie die Wasser von einer Gans an der Frau Fekter, an der Regierung, an den Parteien. Und das ist ein Zustand, wo es wirklich zu einer Spannung in der Gesellschaft kommt, die sich dann auch in Extremismen und in Widerstandsformen jenseits der Legitimität entladen können. Und das ist einfach gefährlich für eine Gesellschaft. Davon abgesehen, dass die österreichische Politik einfach nicht imstande ist, die eigene Gesellschaft, die eigenen Bürger und Bürgerinnen als innovativen Pool, als Ideengeber, als Kritiker, als Alarmsysteme zu verstehen, sondern immer nur als lästige Untertanen. Die Europäische Bürgerinitiative wird der Abhilfe schaffen? Also Abhilfe nicht, weil das ist etwas, was wir in unserer österreichischen Gesellschaft uns selber schulden. Und das sind unsere Aufgaben, die müssen wir auch selber lösen. Ich setze große Erwartungen in die Europäische Bürgerinitiative. Einfach schon deshalb, weil ich gesehen habe, wie man in Europa allein schon eine Petition behandelt. Mit welcher Sorgfalt und mit welchem politischen Ernst und auch mit welchen Ergebnissen, mit welchen realen Niederschlag in Gesetzen man das behandelt. Und nicht wie in Österreich, wo eigentlich sämtliche Volksbegehren bisher ergebnislos entsorgt wurden. Man muss sich einmal den Aufwand an Energie, an Zeit, an Intellektur, reeller Anstrengungen vorstellen, die solche Volksbegehren brauchen, um sie dann einfach in den Keller zu entzeugen oder durch den Papierwolf zu wandern zu lassen. Und das ist eine völlig andere Kultur in Europa. Und die grenzüberschreitende Organisation und die großen Themen sind alle grenzüberschreitend. Die Atomfrage ist grenzüberschreitend. Der Umweltschutz, die Asylfrage, die Bildungsfrage. Alle diese Fragen sind längst keine nationalstaatlichen mehr. Ja, ich würde sogar sagen, der Nationalstaat ist längst ohnmächtig geworden, sie zu lösen. Das heißt, wir werden sie von der europäischen Ebene verlangen müssen, die Lösungen. Und da, wenn dann die Bürger und Bürgerinnen sich dort tatsächlich einbringen können, nur mit einer Million Unterschriften unter 500 Millionen Menschen, das ist wesentlich niedrigere Schwellen als beim österreichischen Volksbegehren in Relation zur Bevölkerung, dann glaube ich, kann da eine unglaubliche Erneuerungsbewegung entstehen. Es wird ein bisschen dauern, es wird ein öffentliches Bewusstsein in Europa schaffen, es wird dazu führen, dass überhaupt eine europäische Bürgerschaft sich als solches bildet und dann wird auch eine europäische Öffentlichkeit entstehen. Und das sind eigentlich, nachdem auf der staatlichen Ebene die Einheit Europas, die Einigung Europas praktisch eingefroren ist, teils aus Renationalisierungsgelüsten, teils aus Machterhalt der nationalen Regierungen, wird die eigentlich, die nächsten 20 Jahre der europäischen Einigung, wird den europäischen Zivilgesellschaften gehören. Und da ist die Bürgerinitiative ein spannendes und sehr hoffnungsvolles Instrument. Eine letzte Frage noch, wenn Sie erlauben, und zwar die Frage, wie mit Widerstand von den Behörden her umgegangen wird oder von der politischen Seite, von den Mächtigen her umgegangen wird, wenn man sich anschaut, Demonstrationen, ob die jetzt in Deutschland stattfinden, gegen Kastor oder gegen diesen Bahnhofsbau oder in Österreich, wenn Demonstrationen gegen Burschenschaften, gegen diesen WKR-Ball verboten werden. Und es gibt ja jetzt auch eine europäische Behörde, die sich da annimmt, und die da so eine Eingreiftruppe bilden soll. Was sagen Sie zu diesen Entwicklungen? Ja, ich habe ja einige Erfahrungen in meinem Leben mit zivilem Ungehorsam, mit Protest und auch mit Widerstand. Die Reaktion der Behörden haben immer und überall drei Phasen. Totschweigen, lächerlich machen, kriminalisieren. Das sind sozusagen die drei Eskalationsstufen. Und das wird heute verschärft durch die neuen Datensysteme, Datensammlungsmethoden, die Möglichkeit, die Leute auszuforschen, die Identität festzustellen und sie zu belauschen. Und das macht natürlich schon eine ganz brisante neue Dimension, die Auseinandersetzung zwischen staatlicher Hoheitsgewaltpolitik, Behörden einerseits und Protestbewegungen auf der anderen Seite aus. Dass in diesem Raum dann, das zeigen ja auch die afrikanischen Verhältnisse, die neuen Medien wie Twitter und Facebook auch ihre anarchischen Möglichkeiten haben, bei allen Versuchen der Regierung da einzugreifen, trotzdem zu entwischen, dem Netz der Behörden und sich zu organisieren, das macht auch Hoffnung. Paragraph 78a, der Terrorismusparagraph, der gegen TierschützerInnen angewendet wird, was soll damit passieren? Ich glaube, es ist für mich eine derartig überzogene, offenkundig politische Vorgangsweise der Justiz, die man einfach nur aufs Schärfste zurückweisen kann, die aber noch umso kritischer wird als Vorgänge, zum Beispiel im Rahmen der Polizei, mit organisierter Mauteinnahme bei Fracht- und Güterverkehr, bei Schwerlasttransporten auf der Straße, wie sie ja aufgedeckt worden ist, dass die dann nicht nach diesem Paragraphen behandelt werden, auch nicht als Verbrechen behandelt werden, auch nicht als Erpressung, auch nicht als, ja, das zeigt halt einfach, dass die Justiz in Österreich derzeit eine wirklich prekäre Situation geraten ist und meine persönliche Überzeugung ist, dass die Abschaffung der unabhängigen Untersuchungsrichter und die Übertragung ihrer Aufgaben auf weisungsgebundene Staatsanwälte diese Maläse herbeigeführt hat gegen die dringenden Warnungen des Europarates und offenkundig auch deshalb geschahen, um die Politisierung der Justiz durchzusetzen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.